Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dungeons 4. Ich habe einen kleinen Bug gefunden. Und zwar, ihr seht, die hier zählen plötzlich als feindlich, weil zwischen der letzten Folge und dieser Folge habe ich einerseits das Spiel ein bisschen laufen lassen, wir haben entsprechend ein paar Gefangene gesammelt, ich habe auch noch einiges verfüttert. Aber wir haben, also ich habe vor allem halt gespeichert und das Spiel beendet. Und scheinbar werden dann Leute, die im Gefängnis sind, plötzlich zu... Was macht ihr da? Achso, ihr wurdet da reingeschubst, der logisch macht. Werden die scheinbar wieder zu Gegnern. Allerdings, selbst wenn ich unsere Truppen hier reinschmeißen würde, die machen nichts. Also die sind so ein ganz komischer Status und ich kann sie halt auch nicht aufheben. Also ich kann die aufheben, die jetzt gerade reingebracht wurden, aber eben nicht die, die hier schon drin sind. Und ihr seht auch, die, die hier drin sind, verlieren langsam aber sicher mal weiter Leben. Aber... Die... halt eben nicht. Das ist ein bisschen nervig. Aber gut. Ähm... Wir haben genug und ich würde sagen, wir füttern jetzt Gorgou und beenden das Level einfach und gucken dann, was als nächstes auf uns erwartet. Weil Gorgou ist gestärkt, dann müsste er jetzt eigentlich die Essenz aufnehmen, ne? Das fütternde Böse hatte es geschafft. Gorgou war einigermaßen gesättigt. Theoretisch musste es jetzt nur noch dessen Verwandlung veranlassen. Oder aber es konnte Gorgou noch weiter füttern, um ihn, äh, noch mächtiger zu machen? Tja, das hört sich ja fast nach einer Art der Hungenschaft an. Hehe, natürlich, da bin ich dabei. Los, Gorgou, hau rein, als wäre Taco-Dienstag oder Dönerstag. Schönerstag. Dies endet hier und jetzt. Männer, macht euch zum andauernden Sturmangriff auf den Dungeon bereit. Wir werden nicht wanken. Wir werden nicht aufgeben. Der Sieg wird unser sein. Erneut öffnete sich ein Portal im Dungeon. Ein Held verschwand in Gorgus' Gemächern. Feinde haben den Dungeon betreten. Das absolute Böse hatte einen Helden in Gorgus' Gemächer geworfen. Los, Männer! Sammelt euch und macht endlich diesem Ding den Gar aus! Gorgu entfleuchte ein ohrenbetäubendes, zufriedenes Rülpsen, das die verbliebenen Helden in die Flucht trieb. Das absolute Böse wieder auf die Beine zu stellen, war ja viel einfacher, als ich gedacht habe. So wie ich das sehe, braucht die Kampagne doch nicht die versprochenen 20 Level, sondern kann nach der nächsten Karte eigentlich vorbei sein. So, gucken wir mal, ob es 20, äh, Dingens werden. Hä? Aber wir haben dem doch mehr Helden gegeben. Also jetzt ist es aber ganz wild hier. Ja, muss ich, das mache ich dann irgendwie, keine Ahnung, mal aufscreen. Ich kann ja einfach nochmal laden und dann eben einfach nochmal, keine Ahnung, 100 oder so in den Rachen schmeißen. Ich bin halt davon ausgegangen, deshalb habe ich es auch nicht gegengecheckt, dass das erfüllt ist, weil wir haben ihn halt mehr gefüttert. Aber gut, vielleicht gibt es einfach so einen Punkt, wo er dann sagt, okay, ab jetzt mehr geht nicht. Gut, und tote Lakaien explodieren und richten beim Ableben in einem Umkreis von 3,25 Meter ihrer vollen LP als Schatten zu leben. Das ist auf jeden Fall sehr witzig. So der Sohn. Während sich Talia auf die Stärkung von Gorgou konzentriert hatte, schien Tristan ganz eigene Pläne zu verfolgen, die die Lage dramatisch verändern würden. Es wäre vernünftig, wenn Talia versuchen würde, ihn aufzuhalten. Äh, ja, definitiv. Gut, wir können, äh, wir müssen, ja, mit Gorgou 50 Helden vernichten, ohne Tränke oder Zauber zu erforschen. Das ist okay, das kriegen wir hin. Goldkosten von Fallen und Türen sind um 50% reduziert. Fallenschaden ist erhöht, Lebenspunkte von Türen erhöht. Hm, ist okay, aber... Hm, ich würde noch sehr gerne auf den Mohnen sitzen. Hallo, kann ich die Post nicht? Also, so muss ich das machen. Während sich Talia mit Gorgous Fütterung herumschlug, ging ihr Stiefbruder Tristan seinen eigenen Plänen nach. Bald ist es soweit. Der Handschuh der Endlichkeit ist wieder vollständig und das absolute Böse vernichtet. Nun kann ich meinem zweiten Ziel nachgehen. Tristan? Ha, du bist nicht auf dem Laufenden. Das absolute Böse ist wieder da. Es steckt jetzt in diesem kleinen Knirps hier. Und wenn es genügend Kraft gesammelt hat, wird es den Boden mit dir und deinen Handlangern aufwischen. Ha, ha! Gut zu wissen, Stiefschwester. Männer, das darf nicht passieren. Radiert den Dungeon aus und sorgt dafür, dass ich nicht gestört werde. Was? Moment, ich bin da noch gar nicht so weit. Rad, Schiebung, Betrug. Los, Gorgous, mach sie platt. Halt sie auf. Zieh ihnen die Nasenhaare lang. Mühelos machte sich der Dungeon-Lord Gorgous daran, die angreifenden Helden abzuwehren. In einem Comic dürfte man sich in dieser Stelle nun auf üppige Onomatopöien wie Zack, Knuff, Bam und ähnliche freuen. Und natürlich auf eine Vielzahl alter gallischer Schimpfwörter wie Nein, Rangtudl. Ha, das war mühsand. Aber ich glaube, wir müssen erst etwas Bösartigkeit für Gorgous nachfüllen, bevor die nächste Runde anbrechen kann. Zeit, einen Dungeon zu errichten und Tristans Plan zu staub zu zerstampfen. Mit diesen beeindruckenden Worten machte sich Talia daran, einen Dungeon zu errichten, um ihren Stiefbruder Tristan von dem abzuhalten, was auch immer er tat. Würde sie dabei erfolgreich sein? Vermutlich nicht. Schließlich war dies erst Mission 9. Aber es blieb spannend. Jetzt mal nicht dem Ganzen vorgreifen. Vermutlich beschäftigen sich die restlichen Missionen nur noch mit unserer ausschweifenden Siegesfeier. Vorwärts! Das weit vorausplanende Böse machte sich daran, eine Armee aufzustellen, die Tristans noch unbekannte Pläne durchkreuzen würde. Mit Hilfe seiner genialen Taktikerin Talia natürlich. Tja, ich bin hier, um Kaugummi zu kauen und in Ärsche zu treten. Und ich habe gerade keinen Kaugummi mehr. Oh, Moment. Da in meiner Tasche ist ja noch Kaugummi. So schmeckt der Sieg. Diese Sprüche. Habe ich dafür fast ein halbes Semester lang klassische Literatur studiert? Auf jeden Fall. So, da aber gerade meine Füge doch anfangen, wieder aufzudrehen. War schon kurz gerade. So. Versuchen wir mal, ob es geht. Erstmal den üblichen Dungeon ein bisschen aufbauen und ausbauen. So, das war jetzt noch mal. Ich habe ihn vergessen. Talia darf nicht sterben. Keine Trink oder Zauber erforschen. Ach, guck mal. Okay, Dungeon Lord Goku ist einfach eine Talia-Fähigkeit. Keine, kein Zauber. Das macht Sinn. Sonst wäre das Achievement ein bisschen schwierig. Sonst würden sich zwei Achievements gegenseitig ausschließen, was auch ein bisschen doof wäre. So, da habe ich noch mal Gold gefunden. Die Guru-Form wird richtig übertrieben. Ja, zack. Na los, die kleinen Schnörlinge. Und. Schön. Gut, wir haben auch schon einige Kreaturen. Zwei Naga, zwei Orks. Moment, können wir auch einfach so nachgucken. Zwei Naga, zwei Orks. Das ist okay. So, wir müssen finden, dass Tristan sein Ritual durchführt. Wir haben aber keine Zeit laufen. Also. Ritiert mich jetzt. Ich meine, vielleicht wird später noch eine Zeit eingeblendet. Aber. Wenn wir irgendeinen gewissen Punkt überschreiten. Das ist jetzt erstmal nicht relevant. So, dann. Die Dingens brauchen wir mal. Das Mana brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Ja, weil ohne Verzauber brauchen wir auch kein Mana. Macht Sinn. Das vergrößern. Können wir uns eigentlich noch mehr... Nein, wir können uns aktuell nicht mehr Schnörlinge kaufen. Brauche ich ja... Das ist natürlich jetzt doof. Wir sind ja... Guck mal. Jetzt haben wir ausgerüstet. Ja, wir haben die Dämonen ausgerüstet. Das ist halt echt fies. Das heißt, wir brauchen theoretisch trotzdem Zauber wenn wir mit Dämonen spielen wollen. Das hätte ich vielleicht vorher überdenken sollen. Aber ja, dann für die Dämonen brauchen wir dieses... Das Mana-Bard. Nur das hier. Ist die Frage... Ob wir uns da dran machen wollen oder nicht. Ob wir sagen... Nee, ignorieren wir. Ach, das entschränke ich später. Also ein bisschen... Oh, da werden wir auf jeden Fall bauen. Und... Gut, ich habe jetzt mit den Nekromanten in der letzten Mission gar nicht richtig angeguckt, was der so alles drauf hat. Vielleicht gönnen wir dem noch eine Chance. Das könnten wir tun. Ansonsten... Können wir Gorgu auch... Wir haben keine Einschränkungen, wo wir Gorgu beschwören können. Wir brauchen halt Talia in der Nähe. Was ja Sinn macht. Ich bin gerade noch ein bisschen unentschlossen. Aber komm, machen wir mal Dämonen ohne Zauber. Kann nur wild werden. Ja, kostet halt ein kleines bisschen Bissartigkeit, aber... Erstmal will ich nur Sachen ausgeben zur Erforschung, für die ich nur Gold ausgeben muss. Was heißt... Was heißt... Ich bin gerade ein bisschen paranoid, was mein Vogel angeht, aber ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass der nicht ertragen kann, dass ich hier rede und ihm entsprechend keine Aufmerksamkeit widme. Wie war denn das mit dem Vortex? Ah, okay. So funktionierte der... Gut. Weil der Vortex ja nicht nur... Also nicht... Also... Fangen wir anders an. Die Dämonen brauchen ja nicht wie alle anderen Kreaturen im Dungeon betten. Sondern... Ähm... Die werden halt einfach im Vortex beschworen und gut ist. So, dann können wir auf 5x5 Felder... Dann mache ich auch einfach wirklich mehrere... Bäume dazu. So, dann haben wir drei Vortex-Gebäude. Hier können wir dann das Mana-Bad einsetzen. Oder das... Äh... Arcanium. Je nachdem, worauf wir Bock haben. Äh... Wahrscheinlich... Ich denke mal, das Arcanium macht da mehr Sinn. Können wir auch schöner ausbreiten. Aber wenn es zwei Richtungen gehen können, nicht nur in eine. So, das sind jetzt nur sechs Felder. Sieben können wir aber nicht machen. Na gut, dann ist es halt nicht schön quadratisch. in den Dungeon. Das dies antizipierende Böse war selbstverständlich darauf vorbereitet. So, was kommt denn da? Oh, nichts... Nichts Wildes. Jetzt kriegen wir heute unseren Startdruck auf jeden Fall bewältigt. Entschuldigung. Ja, wie viel Gold ist hier? Man muss erst mal haben wir noch das ganze Gold sichern. Notfalls müssen wir uns dann halt wieder zubuddeln. Okay. Plus, Minus... Ja... Bisschen mehr Schaden als Heilung nimmt der Ork, aber... Ich will jetzt auch langsamer sicher mehr Schaden rausnehmen aus der Gleichung. Brauchen wir ihn nicht zurückziehen dann. Das heißt, er kann schön mittrainieren. Außerdem... Die sind neu. Manalinge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Die nicht. Okay. Die Lavalinge gucken wir uns gleich an. Aber gut. Das war auch mal interessant, dass sich die Fernkämpfer auf unsere Heiler fokussiert haben und nicht auf die Nachtämpfer. Aber vielleicht haben wir die einfach zu nah hinter dem... Wenn ihr Bock drauf habt. So, was ist denn mit den Lavalingen? Das sind halt richtig richtig Feuerelementare. Das stört mich trotzdem, dass das hier jetzt so... was ist denn? Wieso habe ich die anderen nicht mit abgerufen? Ich weiß es nicht. Wir sind übrigens gerade ziemlich reich. So, es bringt nichts das da reinzulegen, aber hey. Dann muss ich jetzt mal kurz überlegen, weil ich kann ja nicht den ganzen... also ich kann das ja nicht so machen. Also einer dieser Blöcke wird frei bleiben. Das heißt, da können wir dann Wände rein, Türen reinziehen, um den Raum wieder voll zu kriegen. Ich glaube, uns fehlt immer noch ein bisschen... Ne? Was war nur 170? Ich hatte 178 im Kopf für das Arcanium. So, jetzt haben wir gesagt, setzen wir hier rein. Und die Schnatterlinge da mal das ganze Manner noch holen. Auch wenn da mindestens ein Dropplagerlinge noch mit drin sein wird irgendwo. Na? Ich bin gerade äußerst überrascht, dass dem nicht so ist. Ein paar Manner sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ja. Dann am Ende doch noch. Okay. Dann können wir die Räume wieder sauber trennen. Hier habe ich gesagt, mache ich das mal in einer Part rein. Aha. So, können wir auch da eine Tür reinsetzen. Erstmal weiter Gold ausgeben. Hier brauchen wir Gold, hier brauchen wir Gold. Hier brauchen wir, warum auch immer, schon Bösartigkeit für. Spielen wir komplett ohne die Untoten mal. Das raubt uns halt der Vampirkönigin, das ist halt ein bisschen doof. Ach, holen wir uns einfach ein paar Parts, Untote können wir uns immer holen. So, da brauchen wir aber entsprechend auch noch einen Friedhof nachher. Erstmal möchte ich aber ein paar Türen geboten haben, bitte. Wir sollten nicht hier überall Türen haben. Denn, wie wir schon mehrfach festgestellt haben, Türen sind äußerst praktisch. dann bauen wir mal die Vortix Gebäude, Räume. der hier hinten, der hinter dem Entspannungsraum ist, habe ich jetzt erstmal nur offengelassen, um hier an das Gold leicht anzukommen. Dann können wir mal noch den ... Wir sind hier noch drinnen in den Goldadern. Na, noch ordentlich was. Machen wir hier mal den Friedhof auf. So, noch noch 8 Friedhof. Eure Feinde sind im Dungeon. Ja. Ich habe mich irritiert halt, dass die jetzt plötzlich alle wieder keine Erfahrungspunkte haben. Wie sind die ihre Erfahrungssch... Guck mal, jetzt ist Stuf 2, hä? Raffe ich ja nicht. Du sollst nicht abbauchen, du sollst kämpfen hier vorne. Dankeschön. Ich raffe diese XP-Balken von denen ja nicht, ne? auch das hier. Ah. Hallo, darf ich jetzt mal hier Schatzkammer hinbauen? Dankeschön. Können wir einfach eine große Schatzkammer draus machen. Das ganz sicher brauchen wir nicht. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal wieder genug Goldquellen. Dann würde ich vorschlagen, unsere Schneiderringe sind echt nicht die intelligentsten, was Sachen zu bauen angeht. Generell dauert dieses zu auch nicht lange. Holy shit. Naja. Die machen das schon über kurz oder lang. Aber irgendwann kommt es. Ich würde mal eben den Friedhof noch errichten. auch wenn ich erstmal noch nur Imps und hole. Hier soll reichen. Und dann gehen wir mal an die Oberwelt. Denn wir brauchen ja Bösartigkeit. Sonst können wir Gaugu nicht beschwören. Das heißt erstmal die hier klatschen und dann können wir für das nächste Lager hier oben zum Beispiel Gaugu beschwören. Ich denke guck mal der wird nämlich gut reinhauen. Talia schon mal losgehen wenn sie guten Schaden macht. Aber das Gebäude kriegen die anderen auch so kaputt. Das ist ordentlich. War schön dass er Leads Schaden macht. So und solange er 90 Sekunden hat können wir entsprechend mit allen anderen zurückziehen. Mach du mal Bautrupp kommt gleich mal ein Bautrupp. Was sehe ich hier oben? Ein goldenes Portal. Das ist bestimmt auch nichts was mir gefällt. Ich hätte gerne noch bei den ... ... schon einhalten in der Zeit, wie lange die denn noch bleiben. Also wie lange die noch haben. Gucken, ob ich noch irgendwo ein paar... Okay, und weg ist er. Die Bösartigkeit in Gorgus Augen verblasste und seine vorübergehende Zeit als Dungeon Lord war vorbei. Zumindest vorerst. Okay. Hm. Das lassen wir für Gorgus. Mal den Sturm des Bösen. Den ich heute schon wieder abgebrochen habe. So. Regen wir uns hier ganz flink mal. Natürlich. Mach die kaputt. Und dann schnell hier drauf. Also ich hoffe, ich habe die Assassine erwischt. Wäre ganz cool. Moment. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Scheinbar nicht. Ah, ah, fuck. Nein, ich will doch nicht meine Ox verlieren. Alles andere kann ich verkraften. Ox und Nagas zuerst nach hinten. das ist jetzt unangenehm ich wollte euch für Gorgou lassen lasst mich in Ruhe doch nicht gut weißt du was und fix einmal zurück dann noch mal raus ich kann auch cleverer bei sich hier lang gehen können die mich doch nicht das ist doch viel cleverer dann kann ich mich hier vorne hinstellen auf die Warten und währenddessen unsere Orks heilen du komm doch mal bitte mit ich wollte gerade sagen wo ist denn unsere zweite Naga bitte gleich mal bitte ans heilen das braucht man nämlich gerade dringend ja Gorgou haben wir für den Druck gleich leider nicht zur Verfügung aber wir haben dann auf jeden Fall genug Bösartigkeit um Gorgou nochmal zu schwören dann apropos Bösartigkeit das werden wir brauchen für die Dämonen unsere Orks sind gleich wieder vorgeheilt das ist gut Talia hat die Schatten Tentakel so dann jetzt nochmal drauf hier so siehts doch schon wesentlich besser aus ich weiß nicht warum wir da ebenso krass viel Schaden gekriegt haben ob da einfach noch irgendwie ein weiterer Trupp einfach neben stand der da mit angegriffen hat oder so das weiß ich nicht so können wir alle wieder zurück außer Talia das ist vollkommen in Ordnung ja ich hätte gerne halt die Arena noch auf dem nächsten Level weiterer Brorschung kann ich mir aber gerade nicht leisten weil wir brauchen halt relativ viel für Gorgou wenn man bedenkt dass wir da schon 50% Rabatt kriegen das schon hab ich das ist halt eigentlich 150 Bösartigkeit kosten würde uncool aber gut ein weiteres Mal verhandelte sich Gorgou in den mächtigen Dungeon Lord ich weiß nicht was sie in letzter Zeit wieder haben auf jeden Fall scheinbar zu viel Freizeit da kommt schon wieder ein neuer Bautrupp das ist ja unangenehm so lang wird Gorgou aber definitiv nicht durchhalten die Armee des zögerlichen Bösen näherte sich einer massiv befestigten Stadt der Helden der Einsatz der Macht des absoluten Bösen erschien hier äußerst vielversprechend also Gorgou haut halt schon nicht gut rein der macht das ganze schon recht leicht muss man doch sagen so viel schöne Bösartigkeit für uns da können auch die ganzen Heilerinnen nicht gegenhalten rum perfekt Gorgou hat schon sich selbst finanziert fürs nächste Mal und ich denke mal auch dass wir dann na toll echt jetzt der Dungeon Lord verwandelte sich zurück in Gorgou das unscheinbare Bösen ja, haben wir schon gut, also theoretisch müssten wir ihn jetzt noch nicht mehr beschwören wenn ich noch zu machen kann so äh, nachdem ich jetzt die restliche Aufnahmesession doch in den Abend wieder verlegt habe äh, können wir jetzt noch ein paar Minuten in Ruhe aufnehmen ja das Viech hat 400 Lebenspunkte ich denke mal, dass unsere Imps da nicht viel Schaden anrichten werden deshalb nehmen wir mal nur die Horden Kreaton und halt Thalia es ist ja glücklicherweise ach nee, es sind drei aber zumindest den hier können wir einzeln gehen so er macht auf jeden Fall gut Schaden kann ich aber auch gut Schaden, das ist schön okay dann können wir mal den hier noch klatschen und wir genau, wir haben Bösartigkeit und Dingens Forschung Entspannung habe ich sogar auch schon ich und der Handschuh der Endlichkeit verschmelzen zu einer Einheit unser Stiefbruder mal unsere Imps wenn ich die schon wieder mit aufgenommen habe, was nicht so clever war dann könnt ihr den hier noch klatschen und wir bauen uns hier mal den Weg hier hin gut gut alles fertig gut, ihr hattet der Hunger, also gönnt euch so dann würde ich sagen holen wir uns mal noch ein paar Kreaturen dazu beziehungsweise im Moment der doch Friedhof habe ich gebaut Zuckubi noch ein Fürst ich muss mal überlegen, ob ich vielleicht einfach mal auf die Horde verzichte ja ich glaube das passiert manchmal ich nehme einfach mal alle Horde Kreaturen und jag die mal suicide mäßig durch die Mäcke weil irgendwie Kreaturen kicken können wir ja nicht zumindest habe ich noch nicht rausgefunden in den alten Teilen gab es hier doch hier das das könnte es sein ja nur kurz irgendwie mal ein kurz Knochen Fürst ja ich glaube damit können wir die ja auch entlassen das macht das ganze wesentlich einfacher sogar dann halt doch wieder zurück in die Schnee nicht die ganze Erfahrung für alle anderen Kreaturen dann können wir den Raum in irgendwas anderes verwandeln keine Ahnung was aber irgendwas so apropos Raum alle der Entspannung hier hinten hin dann mal ja das Gebäude für die Freude hin und wir brauchen eine Bussartigkeit wie immer ja drei vier ja ok funktioniert dann kann ich den Raum nämlich zum Beispiel auch reißen bekommen wir ein bisschen Gold zurück und könnten da zum Beispiel den Tempel reinbauen allerdings brauchen wir dafür natürlich erstmal die Bösartigkeit wie eben auch schon Manalinge wurden in eurem Dungeon entdeckt ich wollte gerade rausgehen ist das euer Scheißernst so na dann brudeln wir halt erstmal das Mana hier aus weil Manalinge wurden in eurem Dungeon entdeckt so klatscht und um kann doch nicht so schwer sein ok zumindest keine weitere Mana-Linge mehr dann hier entspricht Tür rein jetzt können wir aber na guck mal da kommt sogar wieder ein Transporter das ist ja doof für die Gegner würde ich sagen dann gehen wir denen gleich mal entgegen holen uns die Bösartigkeit und dann können wir den Tempel erforschen und vielleicht auch unsere Schneiderlinge noch verbessern weil ist halt nervig dass wir das hier nicht noch nicht abbauen können aus dem brauchen wir dann bald die Vampir äh Damen Vampirkönigin Vampirfürstinnen wie auch immer und wir kriegen sogar nochmal Besuch das ist ja unhöflich weil na gut zum Dungeonherz können wir dann später nutzen ich werde mal kurz die Assassin hier rausschalten das ist so nervig wenn wir da doppel also dass wir halt immer doppelklick auf eine Kreatur machen müssen ach so na gut die Knochenfürsten toll jetzt hat es die die Knochenfürsten werden ja eh wieder belebt also warum danke so jetzt müssen wir uns aber dann gleich beeilen so gut und zurück Talia ich habe dir ein Gefehl gegeben dass du da bitte einen Zauberhinkasten so jetzt dann tu das doch bitte auch so jetzt wird unser Dungeonherz ok ne vielleicht auch nicht ich hätte jetzt gedacht mal Schaden nehmen aber machst du jetzt mal bitte wie oft wird der das einfach sagen müssen ne so dich werbe ich mal hier habe damit die hier drauf geht Dankeschön ja die ganzen Kreaturen sind gestorben aber die werden nicht wiederbelebt demnach aber zumindest da wenig Probleme so äh Tempel auf jeden Fall brauchen wir Stufe 3 für hierfür brauchen wir sogar auch Stufe 3 Stufe 4 und Stufe 4 da ok ok schnodder schnodderlinge schnodderlinge auf 50 bösartig halt ich weiß was ich mit dem Baum hier mache der ist jetzt 6x6 wahrscheinlich ne genau 7x6 2x6 2x6 8x6 9x6 und dann können wir hier nämlich die Arena reinpflanzen können die Leute nach dem Essen direkt trainieren gehen was glaube ich richtig gesund ist und gut und so sollte man immer genau so machen ähm nach dem richtig fettigen Essen trainieren gehen weil übrigens Sarkasmus also man sollte auch nicht mit leerem Magen trainieren wenn ich es richtig verstanden habe ich bin kein Fitnessprofi aber man sollte sich halt auch nicht überpressen man sollte einen gewissen Grundstock schaffen und dann entsprechend wie gesagt nicht auf leerem Magen aber auch nicht auf überfüllten Magen sozusagen so sind alle unsere Kreaturen wieder am Leben sieht gut aus dann ich bin eins mit mir selbst mein Geist öffnet sich um dieses für Talia noch völlig unverständliche Ritual durchzuführen äh halt die Klappe ich will halt hier das Mana eigentlich gerade nicht anbuddeln weil ich genau weiß dass da wieder Dingens rauskommt ähm Mana-Länge stattdessen buddeln wir mal hier ein bisschen können wir hier das Necrodanzikon reinsetzen seriously äh die halten sich aber glücklicherweise an den Türen auch einfach auf gut so das Ding hier hatten wir ja nicht komplett gekillt aber zumindest schon gut beschädigt so die noch im Fürsten kriegen noch doch noch sehr auf den Sack aber gut der Knopf ist tot das ist okay ja welcher ist halt das das ausgerechnet der war der noch Stufe 1 ist das heißt der hat jetzt auch wieder keine Erfahrungspunkte bekommen Zahltag Kreaturen holen sich ihren Sold so gut dann wird das hier geschafft mh mühelos hatten Talia und das zerstörungswütige Böse ein erstes Bollwerk auf dem Weg zu Tristan aus dem Weg gerollt tja und das war erst der Anfang ich lasse mich gerade warm Tick-Tack kleiner Bruder dieses Mal werde ich nicht nur deine Schultüte kaputt machen mh Talia warum musst du nur so ein nerviges etwas sein ich werde mächtige Portalmarkt einsetzen und Helden direkt in den Dungeon befördern hey das ist unfair gemein kein gutes Spieldesign los Kreaturen zum Verteidigen bereit machen Fallen spitzen Ohren halten Ausschau putzen krass ja das ist nicht schön aber okay dann gehen wir die doch mal aufhalten beziehungsweise wir kutschen erstmal das Portal kaputt und dann räumen wir das Feld von hinten auf warum ist hier eigentlich keine Tür dran das sollte ich mal ändern so jetzt gehen wir hier erstmal noch auf zack Talia bist du noch betäubt oder hast du einfach keine Lust sie hat einfach wieder keine Lust zu zaubern das ist echt nervig dass sie halt da nicht wirklich äh darauf reagiert wenn wir dir solche Befehle geben manchmal so ist okay warum geht hier eigentlich alle in Nahkampf ich mein ja okay war eine Tür im Weg aber Talia sollte vielleicht nicht im Nahkampf gehen die Dämonen werden halt wieder belebt deshalb nehme ich da jetzt keine Rücksicht drauf okay also Talia möchte ich nicht dass sie drauf geht so unsere Hundvoten werden mit der Zeit wiederbelebt ich kann doch ne jetzt ein bisschen mehr Rüstung für unsere Knochenfürsten ist glaube ich nicht verkehrt ich wollte gerade sagen wo sind die an Mahlingen Tür Tür hab das Dankeschön gut gut die Dämonen regenerieren ja glücklicherweise sehr schnell Talia hat sich auch wieder erholt nervig ist halt dass wir kein äh Portal entsprechend bekommen also kein Portal zauber werden wirken können eine Goldader wurde vollständig abgebaut so dann gehen wir mal wieder los ich hoffe ja dass hier irgendwo noch ein zweiter Eingang ist das sieht halt alles nicht danach aus äh äh ich schätze notfalls unserem äh Stiefbruder nachher mal Goku auf den Hals beziehungsweise den Verteidigern ähm so unsere Schneiderlinge haben gerade nichts zu tun es ist zahltag es ist zahltag so so der Weg ist schon mal weiterhin safe mhm mhm ich denke auch dass ich Goku beschwören werde auf hier die Stadt hetzen werde und mich währenddessen um das gute Wesen hier kümmere denn wir brauchen halt die Bösartigkeit gerade weil das ist nicht viel eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut okay so was schön ist dadurch dass wir ein paar von den so das ist ja jetzt nichts neues ne äh dadurch dass wir die Sukubi haben die drehen halt teilweise die Gegner um was echt angenehm ist aber dann raus ein goldenes Portal öffnete sich im Dungeon Helden würden da außerhalb brechen das überrumpelte böse Muster handelt ein weiteres mal verwandelte sich Gorghu in den mächtigen Dungeon das schöne ist er hat halt so viel Leben und so viel HP Regeneration eure Feinde sind im Dungeon ja ich weiß ja ich weiß so Thalia und das vernichtende Böse hatten mehr Zerstörungspotenzial als der durchschnittliche Black Friday Shopper die Helden würden sich etwas einfallen lassen müssen wir sind unaufhaltsam Choo Choo der Thalia auf Ohrfeigenzug ist auf dem Weg nächster Halt ist Hans Gesicht Choo Choo ein Hämmern und Klopfen erfüllte den Dungeon verdammt sind das etwa schon wieder Zwerge? diese Biester geben aber auch nie auf, oder? los Kreaturen macht euch zur Verteidigung bereit beschützt den Dungeon beschützt mich so ah der Dungeon das Dungeon Herz kriegt gut aufs Maul aber das haben wir jetzt auch was ich noch ganz witzig fände wenn wir sozusagen auch immer einen Baum für Gogo hätten fände ich lustig nicht sinnvoll aber lustig so 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 und ich hab hier vergessen was sind die die letzten nochmal ein paar Leichen reinschmeißen gleich wenns gebaut ist natürlich und wir haben sogar Tränke bekommen glaub ich zumindest das Tränke sind ich sehs grad nicht es wird mir nicht angezeigt komm lass uns einfach da warte was ist denn das jetzt hier hm oder es ist einfach Deko von der Schatzkammer das kann natürlich auch sein oder es sind wirklich Tränke und dadurch dass wir die Tränke halt nicht erforscht haben können wir sehen wir nicht was die machen es macht natürlich auch Sinn so und ein paar Gurus da reinschmeißen wir haben genug davon äh Kristan Lieblingsstiefbrüderchen wir sollten das Kriegsball begraben und über alles reden hm am besten kommst du einfach ohne Waffen und Rüstungen zu mir und meiner Armee herüber und dann reden wir Talia dieser Trick hat damals bei unserer epischen Schneeballschlacht funktioniert aber nicht heute ok so Necrotanzikon haben wir schon mal freigeschaltet ach ja ich brauchte auch noch die verbesserten Schnodderlinge naja kriegen wir auch noch Einige Lava-Linge wurden von euren Schnodderlingen angegraben und schön ich probiere jetzt einfach mal unsere Imps eure Schnodderlinge haben einen Spinnenraum angegraben hm und da sind die Zwerge na dankeschön also ja es geht diese scheiß Flammenwerfer ne auch so engen Räume sind die einfach tödlich Talia es stimmt mit dir schon wieder nicht ich glaube sie wird einfach dauernd abgelenkt oder sie kann es nicht casten weil sie äh heißt weil sie sozusagen keinen Sichtkontakt hat jetzt müsste es aber ja gehen dann Dankeschön ok aber dann es ist halt jetzt sehr ärgerlich dass sich wirklich alle Dreiecke vorne auf einmal geöffnet haben so jetzt können unsere Schnodderlinge auch Gestein abgraben ok die goldene Portale öffneten sich im Dungeon diesmal neben dem Dungeonherz wollte er mich eigentlich verarschen dann Dankeschön bin ja schon fast bemüht mal versucht den äh Gogo hierfür zu verwenden äh aber schön dass sie wenigstens das Baby Gogo äh äh auf den äh wie heißt's halt dahin wirft wo sie's halt hincastet so Feinde sind in den Dungeon eingedrungen achja äh Gogo danke Na der hat ein bisschen Aggressionsprobleme würde ich mal gucken so ihr seid da beschäftigt sehr gut Gogo mitkommen bin platt machen bitte Talia du kannst hier hinten auch mal noch Unterstützung feuer leisten schön so Gogo räumt die Spinnen weg was schön ist dass wir halt Gogo auch selber hin und her schmeißen können Na schade ok Gorgus Zeit als Dungeonlord war vorüber ja das ist ok aber er hat gut Schaden angerichtet die Zwerge sind weg und und zieht die Diamantader noch schnappen ähm Nein ich komme wieder da passt man einmal nicht auf weisse na ich merk schon achso ohne Horde ist echt kein Superschlecken ne so dann mal dann mal let's go die restlichen oder ne ich fand es wohl nicht so lustig dass wir ein Gogo auf den Hals gehetzt haben schlecht für uns ähm achso die Schnatterlinge ah ok die Schnatterlinge müssten Talia sozusagen mitableben ähm das ist noch ungünstiger für uns gerade ich mache eben hier den Angriff ab Talia mal gucken ob sie dabei mitmachen kann und dann können wir in der nächsten Folge äh den Dungeon zu Ende aufräumen und ja auf der Oberwelt halt mal noch die letzten Festungen hier zerlegen ja ist ja schön du kommst genau rechtzeitig jetzt mal hier guck mal auf die Assassine bitte ich schütze ihn und den Magier ausschalten aber lasst uns doch den Flankenwann und Schütter hin zu rennen naja ahja was stimmt mit euch nicht wie viele Reserven habt ihr warum ist schon wieder das das Heilwesen wieder da das ist ja bescheuert ich meine ja die lassen sich gerade von unseren Dänens ablenken von unseren Schnatterling das ist schon gut aber Talia das Problem ist wenn Talia einmal unterbrochen wird löscht sie ihre Befehle ein weiteres mal wurden goldene Portale im Dungeon geöffnet das geht jetzt auch schon ok lass mal fix das Portal ausschalten mit Hoffnung dann keine Gegner raus so die gehen hier mit dem Job drauf oh zum größtenteils Zip Natalia das setz ich jetzt mal hin hol ich aus und dann würde ich sagen wie gesagt in der nächsten Folge Eine eurer Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Aber ich ignoriere einfach, dass Ostern ist. Ich habe gerade eh frei, also kann ich auch aufnehmen. Wir sehen uns. Bis dahin. Bis dann. Ciao, Freunde.